Chaos aus deiner Umgebung! Wähle! 091 und mehr als die 69! Ruf an! Ja... Oh ja, du Wüstling! Was machst du denn mit mir? Jetzt läch' dich ganz langsam auf den Rückgrund, lass' dich von mir verwöhnen! Das ist gut so, hm? Was willst du? Stöhnen! Ja, aber natürlich kann ich das! Ja! Du willst mich ausziehen, aber natürlich darfst du das, ich hab' ich schon fast gar nichts für alle! Strapse, ja, die Schwarzen, die gefallen dir doch so gut! Du, Schatz, hast du meine zweiten schwarzen Socken gesehen? Entschuldige bitte, ich arbeite, schaust du im Koffer nach? Entschuldige bitte, mir ist gerade vererregender Hörer aus der Hand gefallen! Was? Du bist schon fast... Du bist schon fast ausgezogen! Na super, er ist schon fast ausgezogen und ich bin noch nicht ausgezogen, gell? Ja, Helmut, ich arbeite! Ja? Ja, ja, mein kleiner geiler Bock, jetzt darfst du doch die Unterhose ausziehen! Wenn er bei den Socken ist, frag' ihn, ob sie schwarz sind! Du bist unmöglich! Oder vielleicht, bevor ich schwarz jetzt will, dann soll mir schicken, bitte! Ja, aber natürlich gefällst du mir so ganz ohne, du bist ein toller Held! Du, ich will jetzt meine Socken haben, bitte! Du, ich will jetzt nicht mal fertig arbeiten, du bist okay soweit! Oh ja, bitte, mach weiter so jetzt, bis dann, was gut! Hörst du das? Oh, mach weiter! Ich versteh' dich nicht! In einer Stunde steh'n meine Eltern vor der Tür des Essen ist noch nicht fertig und was machst du? Du befriedigst andere Männer! Ich will nicht, dass du mit diesen schmutzigen Sachen dein Geld verdienst! Uuuuuh! Na Gott sei Dank dir! Seit du mit deinem Geschäft krachen gegangen bist, muss irgendwer das Geld verdienen! Und das Abendessen ist im Backraum, braucht nur 5 Minuten! Ja! Uuuuh! Was? Du kannst noch mal? So! Das kostet aber dann das doppelte Geld! Sieh doch die Braune an, Norbert! Norbert, ich bin Helmut Erz-Norbert! Das ist doch Resultat! Nein, das ist nicht egal, weil ich hab' keine Socken, der Norbert wird zumindest befriedigt! Ja, ich bin unglaublich geil! Bitte, womit hab' ich das verdient? Jetzt deine dämlichen Socken sind! Dankeschön, Barune! Geh! Und währenddessen wir suchen für die Niete so an! Ich hatte eine... nein, 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 nein! Hallo? Stöhner! Ja! Ah! 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 Es geht mir gut, ja! Ah! Ah! Ich bin irrsinnig geil! Ja! Nein, tut mir leid, Handschellen haben wir keinen. Weißt du, zu zweifelig, ja natürlich sind da welche Handschellen, nix, eine Nähmaschine. Können wir alles von Ihnen? Ja, für mich ist es ur-super, wie ist es für dich? Die Schwarzen sind in der Maschine. Oh, meine Eltern, meine Eltern, wo was, wo was? Leute, jetzt müssen wir aufzuhören. Norbert! Norbert! Deine Eltern sind da! Ich komme! Applaus Wir dürfen Ihnen noch... Wir dürfen Ihnen noch unsere anderen beiden Programme ins Herz legen. Komm, wir sind so das Lieder aus der Dusche, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Ansonsten Ehre über uns gibt es unter www.heilbootandrosen.at Dankeschön fürs Kommen. Applaus ... ... ... ... ... ... ...